Heute geht es um das Zukunftsthema Wasser. Wasser ist eigentlich überall vorhanden, doch nicht überall nutzbar. Wir hatten diesen Sommer viel Regen, aber auch Hitzewellen. Das heißt, Wasser beschäftigt uns und die Industrie. Und nicht nur in Europa, sondern weltweit ist Wasser ein wichtiger Rohstoff. Das ist heute unser Thema. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu ETF um sechs. Und bei mir ist wieder zu Gast Thomas Mayer zu Drehbar von Amundi. Herzlich willkommen. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Es geht um Wasser. Der Sommer ist vorbei. Wir hatten viel Wasser, aber auch Hitzewellen. Und seit Jahren haben wir das Thema, wir brauchen mehr Wasser und es fehlt mehr Wasser. Und wie kann Wasser als Investmentthema umgesetzt werden? Ja, wir haben das sogar schon seit Jahrzehnten. Es gab schon in den 70er Jahren den Hinweis darauf, dass es sogar mal zu kriegen um Wasser kommen könnte. Wir haben, du hast es gerade beschrieben, das Thema Wasser in unterschiedlichster Form. Mal zu viel, mal zu wenig. Wir haben natürlich, was diesen Sommer auch eine große Rolle spielte, das Abschmelzen, das weitere Abschmelzen, muss man sagen, nicht nur von Blätschern, sondern eben auch von den Polkappen, sowohl im Süden als auch im Norden, der Einfluss auf die Tierwelt, aber eben auch den Einfluss auf die Verfügbarkeit von Wasser. Und Wasser ist eigentlich ein Rohstoff, ist ein Commodity, was man braucht. Die Industrie braucht Wasser, der Mensch braucht Wasser, die Tiere brauchen Wasser. Ist es in Ordnung, wenn ich auf Wasser spekuliere oder wenn ich investiere und wie mache ich das? Ich glaube, wir müssen vielleicht, wenn du gestattest, noch einen Schritt zurückgehen, weil dieses Thema Wasser ist schon vor längerer Zeit erkannt worden und es gibt da die sogenannten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Die sind im Jahr 2015 verabschiedet worden, 199 Staaten haben die unterschrieben und man sieht die hier. Es sind wie gesagt 17 Sustainable Development Goals, so heißen die richtig auf Englisch. Und da geht es darum, die wichtigsten Punkte, die uns beschäftigen, die uns beschäftigen sollten, aufzugreifen. Dazu gehört natürlich Bildung. Dazu gehört aber auch in erster Linie ein entsprechendes Umfeld, nämlich in dem ich aufwachsen kann, ein Umfeld, wo ich auch Zugang zu entsprechend sauberem Wasser habe. Denn das ist mit eins der Hauptprobleme. Wir haben eine Weltoberfläche, wir haben eine Erde, die zu größtenteils, nämlich zu zwei Drittel von Wasser bedeckt ist. Und du hast es vorhin schon gesagt, nur ist bedeckt von Wasser. Nur das Wasser, wo es verfügbar ist, ist manchmal einfach nicht nutzbar. Und dann wird es natürlich auch interessant, dass es Unternehmen gibt, die dazu beitragen, dass Wasser nutzbar wird, dass Wasser aufbereitet wird, dass Wasser überhaupt den Zweck erfüllt, wenn ich jetzt mal an Nahrungsmittelproduktion speziell denke. Und das kann ja vielfältig sein. Man kann Meerwasser entsalzen, man kann Grundwasser produzieren, man kann Altwasser aufbereiten. Also es ist sehr vielfältig und aber auch eher die Old Economy, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und die UN, die hat diese Wasserknappheit schon als eine der Ziele vorausgesetzt, um zu sagen, wir müssen allen Menschen frisches, sauberes Wasser geben, um sich zu entwickeln. Es gibt aus meiner Sicht zwei große Ziele. Man will natürlich der Armut in der Welt begegnen. Das ist auch vollkommen richtig. Und Armut heißt auch immer Hunger, im Hunger begegnen. Und damit auch in Ländern, in Gebieten, wo es schwieriger ist, ein lebenswertes Umfeld darzustellen. Und nochmal kurz darauf auch eingehend, sauberes Wasser, du hast es ganz am Anfang gesagt, sauberes Wasser ist für Mensch und für Tier gleich wichtig. Wir wissen bis auf wenige Ausnahmen, dass man ohne Wasser nicht sehr lange überlebt. Es gibt die ein oder andere Tiersorte, Tierart, die das länger aushält. Übrigens auch noch ein wichtiges Thema, das Leben unter Wasser, in der letzten Zeit auch sehr stark aufgekommen, was vor allem in die Verschmutzung der Meere anbetrifft. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, wir haben Wetterphänomene gehabt. Das war deine Anmoderation. Wetterphänomene, Wetterphänomene, die dazu geführt haben, dass es in manchen Teilen viel stärker geregelt hat, in anderen Teilen deutlich trockener war. Wir haben das dieses Jahr im Sommer vor allem auch in Südeuropa erlebt. Und diese Wasserknappheit, die dann vor allem im Süden vorherrschte, hat dazu geführt, dass natürlich die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln stark eingeschränkt ist. Man muss an dieser Stelle noch weiteres sagen. Das ist nicht nur Wasserknappheit. In dem Sinne ist es kein Wasser vorhanden. Ganz entscheidend ist, dass das Wasser auch wirklich nutzbar ist, dass man sauberes Wasser hat. Du hast auch da schon eben kurz angesprochen, das Thema Entsalzen. In vielen Bereichen gibt es genug Wasser. Man ist von Wasser umsorgt, unwundet, kann es aber nicht ohne Probleme nutzen, weil Salzwasser ist, was ohne Entsalzung einfach dann für die Menschen nicht nutzbar ist. Und darauf sind wir eben auch schon kurz eingegangen. Es ist eben ein Markt, es ist ein Sektor, es sind Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, um nachhaltig dafür zu sorgen, dass eben Wasser aufbereitet wird, dass saubes Wasser zur Verfügung gestellt wird und dass wir, und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Ziele der UN, dass eben der Kampf gegen Hunger, gegen Armut dann auch im Endeffekt zum Erfolg führt. Und wenn ich in Wasser investieren will, dann kann ich das ja nicht an einer Börse tun. Es gibt ja kein Future auf Wasser, sondern ich investiere in Unternehmen, die mit Wasser zu tun haben, die Wasser reinigen, aufbereiten, bereitstellen und so weiter. Ja, die in einem Index sind. Und dann ist natürlich die Frage, Wasser, klar, kommt aus bei uns, Gott sei Dank hier in Mitteleuropa, größtenteils aus der Leitung, in einer Qualität, hier in Deutschland einer Qualität, die vorkommen bedenkenlos ist, ist, wie ich mal las und wie ich auch immer wieder höre, das am meisten kontrollierte Lebensmittel. Wasser gilt ja als Lebensmittel. Man kann es bedenkenlos aus der Leitung trinken, man kann es auch erwerben, man kann es als Spudelwasser erwerben. Deshalb vielleicht noch mal einen ganz kurzen Blick darauf, was dieses Thema Wasser und Nachhaltigkeit alles umfasst. Und wir sehen Abwassertechnologien, auch das haben wir eben schon angesprochen, natürlich ganz wichtig auch Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, ob es nun ist, das Recycling von Wasser, aber eben auch das zur Verfügung stellen, die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass du sauberes Wasser hast. Dann natürlich ganz entscheidend und der dritte von links, wenn du da drauf schaust, klimaresistente Samen, da sind wir natürlich wirklich auch in dem Bereich der Klimaveränderung. Die Wüsten, die Trockengebiete nehmen zu, du musst einfach auch Pflanzen haben, die klimaresistent sind und das fängt damit an, dass die Samen alleine klimaresistent sind, sodass du vielleicht auch teilweise wieder aufforsten kannst. Denn das ist das andere große Problem, dass die Wüsten einfach zunehmen, dass die Städtengebiete zunehmen und teilweise hat es dann auch, es ist Menschen gemacht, wie das so schön heißt. Man hat zu viel abgeforstet, abgeholzt, was teilweise auch zu gewissen Zeitpunkten vielleicht verständlich war. Weitergehend Wasser, Recycling, Regenwassernutzung, ganz wichtig. Ja, auch hier in Deutschland nimmt die Schaffung von Zisternen zu, um eben das Regenwasser entsprechend zu nutzen. Und dann, wie schon jetzt mehrfach von uns angesprochen, einfach Entsalzung. Wir bieten in vielen Gegenden die Erden ohne Entsalzung kein Trinkwasser. Und welche Firmen, wir sprechen ja hier über Indizes, über ETF-Produkte, aber welche Firmen sind denn vor allen Dingen in diesem Sektor aktiv? Ich kenne jetzt eigentlich keine richtige Wasserfirma, die an der Börse notiert ist. Ja, auch da habe ich einfach mal mitgebracht, der Index, auf dem dieser ETF fußt, ist der MSCI, Long Stanley Capital International. AKWI steht für All Country World Index, IMI Investable Market Index, hat rund 9168 Werte. Das schwankt immer so ein bisschen. Und daraus filtert dann der Indexanbieter die Unternehmen raus, die mit dem Thema Wasser im weitesten Sinne, wir haben es eben gezeigt, im weitesten Sinne, angefangen von Abwassertechnologie über Recycling, bis hin auch zur Entsalzung beschäftigt sind, dort Anteile haben, Anteile in dem Sinne von Umsatz machen. Und so werden dann aus diesen 9168 Werte zusätzlich dann auch noch ein ESG-Filter, 37 Werte zurzeit herausgefiltert, die sich in diesem Index befinden. Und hier sehen wir, du hast danach gefragt, die Top Ten. Man kennt das ein oder andere Unternehmen, ist bekannter, American Water Works, Waste Management, das sind große, bekannte Unternehmen, als auch eine Firma wie Geberit drin. Es sind überwiegend Firmen, die im Bereich Wasserinfrastruktur innovativen Lösungen anbieten. Dazu gehören übrigens auch Lösungen wie die Messung des Wasserverbrauchs, Water Metering heißt das auf Neudeutsch, wo man also dann auch wirklich versucht, den effizienteren Einsatz, das effizientere Einsatz von Wasser entsprechend zu gestalten. Und die Länder, die in diesem Sektor besonders aktiv sind, sind ja wahrscheinlich die Industrieländer, die hier besonders Technologien einsetzen, um Wasser zu recyceln oder zu finden. Und es ist nicht weiter verwunderlich, da liegen die USA ganz vorne, wie man hier auf dieser Grafik schön sehen kann. Es gibt also ein klares Übergewicht an US-Firmen, aber es sind auch Firmen aus anderen Ländern vertreten. Aber es ist schon ein Übergewicht von US-Unternehmen. Und vielleicht gestatte mir darauf auch einzugehen, was du am Anfang in einem Nebensatz angesprochen hast, Thomas, dass die meisten Unternehmen schon Industrieunternehmen sind. Also man sieht, da wird nicht nur geplant, sondern da wird auch umgesetzt. Das sind Anlagebauer, das sind halt Unternehmen. Insbesondere, wie es schon mehrfach erwähnt, im Bereich der Infrastruktur, der Wasserinfrastruktur, Energie im allgemeinen Sinne und dann eben auch innovative Lösungen. Wir haben es eben angesprochen, was zum Beispiel die Messung von Wasserverbrauch, aber auch das Recycling von Wasser. Also Wasser ist eigentlich kein Tech-Thema. Man könnte sagen, Tech-Firmen könnten ja neue Technologien entwickeln. Es ist eher so Rodeconomy, Standardunternehmen, Versorgungsunternehmen, die die richtigen Rohre verlegen, Wasserspeicher bauen, Teilsperren und so weit. Es ist praktisch Ärmel hochgekrempelt, aber natürlich drumherum auch innovative Lösungen. Also auch das, was man natürlich in dem digitalen Bereich machen kann, ob es nun ist, digitale, also Fernablesung von Wasserverbrauch, auch das gehört alles dazu. Denn der effiziente Umgang mit dem Rohstoff, mit dem essentiellen Rohstoff, Wasser, heißt natürlich auch, dass man auch schon bei kleinen, in kleinen Bereichen, und wenn es nur zu Hause ist, ja, es gibt ja alle möglichen Hinweise, welche Duschköpfe man einsetzen kann. Und so kommt natürlich eins zum anderen zusammen. Aber es gibt eben eine eigene Industrie, die sich damit ganz klar beschäftigt und die dann auch beachtenswert ist, und das war deine Anfangsfrage, beachtenswert für Anleger. Nämlich, weil so natürlich Geld zur Verfügung gestellt wird, Mittel eingesetzt werden, um einen Impact zu haben, um einen Einfluss zu haben, um eben dann unter anderem die Ziele, die 17 Ziele der Nachhaltigkeitsziele der UN erfüllen zu schaffen. Und kann ich denn mit so einem Index auch Performance erzeugen? Wie entwickelt sich so ein Index im Vergleich zum Gesamtmarkt? Ja, wir haben das einfach mal hier dargestellt im Vergleich, was man sieht, kurz zur Beschreibung. Das Graue ist der MSCI World, den viele unserer Zuschauer, Zuseher im Portfolio haben. So ein Klassiker, um in einem Core-Satellite-Ansatz dann den Kern darzustellen. Konzentriert sich nur der Vollständigkeit halber auf 23 industrialisierte Länder. Daneben in blau der bereits angesprochen MSCI, Morgan Stanley Capital International, All-Country-World-Index, Investable Markets, also das Grunduniversum, aus dem dann letztendlich, und das ist die orange-rote Linie, aus dem dann letztendlich dieses Thema Wasser, einschließlich eines ESG-Filters, es ist ein Klimathema, herausgefiltert wird. Und es gibt eine gewisse Outperformance, also er ist nicht schlechter als der Markt. Nein, zumindest. Man sieht, es ist ein spezialisiertes Thema. Und dieses Thema hat nicht nur seine Berechtigung aus, das hast du am Anfang auch gefragt, moralischen Gründen, weil wir eben der Kampf gegen das, gegen das Klimawandel, nach diesem Sommer spätestens, aber schon vorherigen Sommer, muss man sagen, es gibt einen Klimawandel, es gibt einen Klimawandel. Und man sieht, dass eben diese Unternehmen allen beachtenswert sind und es eben dem Anleger auch einen Vorteil bringt. Es ist eine, ich würde es als Win-Win-Situation betreiben, die Unternehmen bekommen das Geld, können damit weiter diese Themen rund um Wasser erschließen und auf der anderen Seite profitieren Anleger davon, das heißt eine Win-Win-Situation. Wir müssen aber auch ein bisschen das Risiko sehen. Ich habe ein starkes Klumpenrisiko in Industrieunternehmen, in Versorger und wir haben es gesehen, die amerikanischen Unternehmen sind der Hauptfokus. Ja, die haben so 72 Prozent und das bringt uns natürlich oder mich dazu, diese Folie, diese Übersicht aufzurufen, die viele von euch da draußen auch bereits kennen, die zu Thomas und meinen Lieblingsdarstellungen gehört, der sogenannte Core Satellite-Ansatz. Warum zu unserer Lieblingsdarstellung? Weil man da sieht, wie man geschickt auf solche Themen einbauen kann. Thomas, du hast die Argumente geliefert, wir haben ein gewisses Klumpenrisiko, was daraus besteht, dass wir uns auf ein Thema, denn dieser Wasser-ETF, dieser Wasserindex ist ja ein Thema, nämlich das Thema Wasser. Ist gar nicht mal ein Sektor, da sind auch Sektoren, unterschiedliche Sektoren drin, aber es ist eben ein Thema, Wasser, sektorenübergreifend. Das Zweite ist, US-Werte haben wir sehr stark, damit haben wir natürlich auch ein mögliches Risiko aus der Währungsentwicklung und deshalb eignet sich so etwas dieser Wasser-ETF als Beimischung. Wichtig ist eben, es ist ein Thema, es braucht Zeit, um sich zu entwickeln und aufgrund auch des eingeschränkteren Universums ist mit höheren Schwankungen zu rechnen. Und wenn ich Wasser nun beimischen möchte in mein Portfolio als Thema oder als schlechtes Gewissen, wie auch immer, wie mache ich das? Es gibt wahrscheinlich ETFs drauf auf diesen Index. Ich kann einen ETF drauf kaufen, über einen ETF anlegen. Natürlich dort der Vorteil, schon eine gewisse Diversifikation in sich, weil ich eben mehr als nur einen Wert habe. Es erspart mir auch die Einzelauswahl. Das tut bereits der Indexanbieter und dann gibt es halt den ETF drauf, der den Index entsprechend abbildet. Und dann kann ich das Ganze auch noch sparen. Also ich soll ja sowieso Sparpläne einrichten, regelmäßig sparen. Dann kann ich auch die Schwankungen, Cost-Average-Effekt heißt das so schön, immer wieder ausgleichen. Wasser ist ein spannendes Thema, in dem man mittlerweile auch mit ETFs gut investieren kann. Vielen Dank, dass du da warst. Wasser ist auch für euch vielleicht ein Thema, das ihr investieren könnt, wollt oder müsst. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst.